Ja, moin moin! Am 23. April ist der Welttag des Buches. Wir feiern das Lesen, wir feiern das Buch, aus dem Grund, weil Bücher die Möglichkeit haben, uns die Welt besser verständlich zu machen, aber auch gleichzeitig bieten die Geschichten, die wir in Büchern lesen können, für uns die Möglichkeit, dass wir der Welt der Realität entkommen können. Bücher sind magische Objekte, die uns Portale öffnen können, die wir vorher vielleicht gar nicht geahnt haben, dass es diese gibt. Bücher haben die Möglichkeit, uns Welten zu eröffnen, unseren Horizont zu erweitern. Es gibt ja den Unterschied zwischen den Lesenden, die gerne vielleicht zum Beispiel zum Sachbuch greifen oder zur Literatur. Was ist das Besondere an der Literatur, an der Kunst? Die Literatur ist es wie jede Kunst auch, die uns durch ihre Herangehensweise, uns im wahrsten Sinne des Wortes aus der Haut fahren lässt. Wir tauchen ein in andere Leben, in andere Welten, in andere Blickwinkel und entkommen so den Narzissmus im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir die Welt für uns durch ein Buch öffnen können. Diesen Fragen sind zum Beispiel nachgegangen Debbie Tung, eine Illustratorin, Autorin aus Birmingham, die hat das Buch geschrieben, die Graphic Novel Book Love, sowie auch Dennis Scheck. Er hat einen neuen Kanon aufgestellt über die Weltliteratur. Debbie Tung, dieser Graphic Novel, richtet sich eher an jüngere Leser, aber auch als Buchliebhaber sollte man dieses Buch nicht meiden, sondern man findet sich dort auch wieder. Es ist, wie ich schon sagte, ein Graphic Novel, aber wir lernen hier eine junge Frau kennen, die komplett in ihre Liebe zum Buch aufgeht und gleich von vornherein für sich feststellt, Bücher schaffen Welten, Bücher kann man in jeder Wetterlage lesen und Bücher sind immer wieder die besten Freunde, weil wenn man ein Buch beendet, verlässt man Freunde, die man gerade kennengelernt hat, aber man hat bei jedem neuen Buch wieder die Möglichkeit, auch wieder neue Freunde kennenzulernen. Ein sehr humorvolles, liebenswürdiges Buch über die Liebe zum Buch. Dennis Scheck, sei noch erwähnt, schon sagte, hat einen Kanon aufgestellt, wo er über seine Bücher schreibt, die er meint, in diesen Kanon einzubringen. Das heißt, es ist ein Kanon, der ein bisschen auch anders herangeht, als man es vielleicht bewusst vorher gemacht hatte. Es sind hier Bücher, die vom Genre übergreifend sind. Wir finden hier Bücher aus dem Fantasy-Bereich, wir finden hier auch Kinderbücher oder auch zum Beispiel ein Comic, Tim und Struppi. Alle reihen sich ein, keiner nimmt einen anderen Platz weg, weil es sind Bücher, die die Möglichkeit haben, unseren Horizont im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich explodieren zu lassen. Er zum Beispiel hier nachgeht von vergleichen, vergleichen zu Parzival mit Hemingway. Er hier auch gleichzeitig auch wiederum schaut auf Game of Thrones, was das in der Leserwelt geschaffen hat. Er macht ein großes Fass aus über Bücher, die wichtig sind, die für ihn wichtig sind und es macht dementsprechend Spaß, ihm zu folgen, weil er hier auch gleich im Vorwort klar macht, was das Buch tatsächlich für ihn bedeutet. Er zitiert auch dabei Robert Gernhardt, »Ums Buch ist mir nicht bange, das Buch hält sich noch lange. Man kann es bei sich tragen und überall aufschlagen. Sofort und ohne Warten kann das Lesen starten. Im Sitzen liegen Knien ganz ohne Batterien und so weiter und so weiter. Selbst Robert Gernhardt hat hier schon den Liebesbeweis erbracht. Mein letzter Leseschatz will hier auch noch mal erwähnt werden, weil es passt auch in den Reihen hinein zum Welttag des Buches von Satoshi Yagisawa, »Die Tage in der Buchhandlung Morisaki«. Ein Roman, der in Japan große Erfolge gefeiert hat und uns hier genauso begeistern wird, weil es ein wunderschöner Text ist, über den Mut, sich auf das Leben, die Liebe und auf die Literatur einzulassen. Bei allen kann man enttäuscht werden, aber man kann auch genauso belohnt werden. Und wir viele Leser wissen ja, dass es mal hier und dort ein Buch gibt, was uns nicht anspricht. Aber das heißt ja nicht, dass alle Bücher gleich schlecht sind, sondern es heißt es, für sich die richtigen Bücher finden zu können. Das kann man mit einem Kanon zum Beispiel machen. Man kann es einfach machen, indem man den Buchhandel aufsucht und sich durch die Bücher ansprechen lässt oder man selber einfach in die Bücher hineinschnuppert, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier die Geschichte einer jungen Frau, die arbeitet in einer Firma, wo sie auch mit ihrem Freund zusammenarbeitet, mit dem sie meint, fest zusammen zu sein. Eines Tages gehen die beiden essen und während dieses Essens sagt er ihr, dass er demnächst heiraten wird. Das sagt er sehr freudig, da sie aber nicht die zukünftige Braut ist, bricht jetzt eine Welt für sie zusammen und sie kann dort auch nicht mehr arbeiten und kündigt und zieht sich in ihre Wohnung zurück. Eines Tages meldet sich ihr Onkel und lädt sie ein, bei ihm zu arbeiten in der Buchhandlung, in dem Antiquariat. Er hat oben noch ein Zimmer, was sie dann dementsprechend nutzen können, wenn sie in den Vormattagsstunden ihm im Laden unterstützt. Sie ist keine Leserin. Erstmal findet sie sich nicht so richtig zurecht in dieser Welt, aber taucht dann doch ein und greift eines Tages auch zu einem Buch und fängt an zu lesen und wird begeisterte Leserin. Es verändert sich ihre Wahrnehmung, ihr Umfeld durch den Kontakt durch die neuen Freunde in der Literatur, aber auch gleichzeitig die Freunde, die sie dort in diesem Buchviertel in Tokio macht und gleichzeitig die Geschichte von dem Onkel, der auch eine Liebesgeschichte noch zu erzählen hat, mit seiner Frau, die ihn eines Tages verlassen hat, bis ihn weggegangen ist. Und da entsteht so ein Spannungsbogen. Es entsteht auch ein weiterer Spannungsbogen, weil sie auch gerne ein Café in diesem Buchviertel besucht und dort auch weitere Menschen und Freunde kennenlernt. Ein Buch, wie ich schon sagte, das Mut macht, sich auf Liebe, Leben und Literatur einzulassen, passend zum Welttag des Buches. Ich wünsche ganz viel erlesene Stunden. Viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie belesen. Tschüss!